Ich bin IG-Vorsitzender der Burscheider Vereine. Wir in Burscheid möchten immer sehr viel bewegen und versuchen das. Seit fünf Jahren ist Daniela Jansen im Landtag. Sie macht Politik für Aachen, sie macht Politik für das Land. Sie hat in den fünf Jahren noch sehr viel bewegt für Aachen. Es ist sehr viel umgesetzt worden für Aachen und das ist schon eine Bereicherung. Daniela setzt sich für viele Dinge ein, ob Soziales, für Arbeit oder für viele andere Dinge, die noch anstehen. Und sie ist in vielen Arbeitskreisen drin und ist sehr viel unterwegs. Und sie setzt sich weiterhin und möchte sich weiterhin einsetzen für Aachen, für das Land. Wir wünschen oder ich wünsche der Daniela alles, alles Gute zum Wahltag und hoffen dann auch, dass sie wieder weiterkommt.